Ja, bin jetzt gerade am überlegen, was ich noch brauche. Last Hits habe ich ja jetzt. Ich bräuchte Wards als Support. Ähm, ja, warum nicht? Ich spiele mal gerade mal. Ja, Trent als Zufall bekommen. Weißt du was? Versuche ich es mal als Nature's Profit. War das hier? Die Jungle nochmal? Ja, was ist das denn? Wie kann ich denn am Profil? Ja, bestimmt. Ich würde gerne wissen, was das für ein Ages ist. Was das für ein Autogramm ist und was das mit dem Bild auf sich hat. 5000 Spiele. Hm. Sniper, Clinks, Broadmother, Research, Message. Hier auch mal. Wir kriegen noch Skyler. Schon muss aber gut laufen. Damit hat funktioniert. Na gut, er ist das 1, er ist 54. Hier bei mir 55, 52, 46, 48. Ist schon nett. Kommt ja dann immer drauf an. 52 und 300 Siege. Wie? Wie bitte? 800 Siege ist doch schon mal ganz gut. Wo ich ja bei 5 bis irgendwas auf dem Weg zu 600 Siegen bin. Ex haben sie noch bekommen. Okay. Wunderbar. Von dem Weg zu. Von dem Weg zu. Kussi. Von dem Weg zu. Von dem Weg zu. Ich bin grün, ich bin grün. 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 So schnell sind die nicht, oder? Nein. Nein, der Brunnen hält auf. Oder doch? Keine Ahnung. Ich bin grün, ich bin grün, ich bin grün. Oh ja, runen sollte ich grün. Oh ja, runen sollte ich auch noch mal gucken. Okay, ich bin grün, ich bin grün, ich bin grün, ich bin grün. Also hat der Stuck, ich bin grün. Also hat der Stuck, ich bin grün. Also hat der Stuck schon mal nicht ausgelöst. Also hat der Stuck schon mal nicht ausgelöst. Das ist natürlich jetzt praktisch gewesen. So, ich bin grün. So, ich bin grün. So, ich bin grün. So, ich bin grün. Ah, lauf, 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 du bist schon wieder spät dran. Hm, diesmal scheint es geklappt zu haben. Oder müsste es noch geklappt haben, auch wenn ich spät dran war. Ah. Ich muss aber auch noch meine Wars aufstellen. Sonst klappt das doch nicht. Gott, die sind noch da. Ich habe schon wieder einen Steig verpasst. Wofür klappt das jetzt? Oh, die leben ja noch. Hex ist tot. Oh, ein Neutral hat mich erledigt. Das ist gut. Okay, kein Kill für die anderen. Oh, Mann. Ah, sowas. Ja, das war die Frage. Ich habe ein Schick gestackt bekommen. Ja, es sind zwei große dabei. Was. Ihr top tier has been denied. Ja. Was ist der Autistin, bin ich für mich für mich. What the heck? Wie konnte er mich sehen? Wie konnte er mich denn... Ja, genau. Nimm mal einen Farm, du Spacko. Ich hab ja nichts besseres zu tun. Ich hab ja nichts besseres zu tun, als dir mal einen Farm abzugeben. Was ist denn Bullshit? So. Okay, jetzt haben wir noch... Das ist mal... 9 Sekunden ohne... 40, da kann ich ja gleich wieder... Mist. Wieso kriegen wir Clinks nicht unter Kontrolle? Das müsste ich eigentlich direkt hier nochmal... Und ein Wort hinsetzen... Was man vom Sentry, den ich nicht sieht... Dann die Range... Wieso muss man eigentlich hier immer erwarten? Verdammt. Okay, zurück zu Videogames. Das kann jetzt schon wieder zu spät gewesen sein. Und es war zu spät. Schade. Und es war zu spät. Ich bin schon wieder zu spät. Ich bin schon wieder zu spät. Mit wilden Spirits. So, Mist. Was ist das denn, dass hier keiner... Ah, Shit, jetzt hab ich den natürlich reingeschickt gehabt. Macht ja auch sehr viel Sinn. Slug. Ich hab leider keine... Sentries mehr dabei. Ich hab ich... Wo, ich hab, ich hab, ich hab'n muss... Ähm... Schade. Ach Mist, ich hab schon wieder vergeigt. Das mit dem Timing ist gar nicht so einfach, wenn man die ganze Zeit angegriffen wird. Wenigstens haben wir jetzt hier schon mal... Oh, ich hab kein Mana mehr. Das ist irgendwie doof. Kleben fülle ich mir jetzt mal nicht auf. Das ist einfach ein Grund. Ach, wieso pausiert der denn schon wieder? Der kommt nicht wieder. Mann. Das ist ein Grund. Ja. Komm schon. Die sind so langsam, da kann ich die mal früher anhauen. Inroute. Nein. Warum ist der eine Drecksack früher zurück? Mit mir. Och, jetzt habe ich nicht genug für... Hm. Na okay, ich wollte mich eigentlich zurückporten. Deine Mitteltauer ist unter Attacken. Natur's Ferozity. Ein Gold und Red. So, wenn ich den habe, kann ich mich zurückporten. Dann kann ich mich dann gleich auch wieder nach vorne porten. Und ich bin zu spät. Dang it. Langage. Langage. Ich muss tatsächlich noch nicht mal einen Sentry setzen. Wie kann man sich ja verlassen werden. Mal sehen, ob einer wirklich geht. Was soll eigentlich geklappt haben? Illusion. Ja. Tatsächlich. Das hat geklappt. So. Trank, was machst du da? So. 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 mit an. Dann kann ich pünktlich hier hochgehen und vielleicht diesmal ein bisschen vorher anhauen. Und habe ich es geschafft. Oh. Ich habe das Spiel verlassen. So, und jetzt muss ich Sekunde, so hin, mich hinstellen. Dann kriegen die schon mal eine ganze Menge Schaden. Slug, du stirbst am Ende. Oh, ja. oh Tja, da sieht man mal, was man machen kann. Ja, glaubt ihr hier nicht, ne? Da sieht man mal, was man ein paar Stacks alles bringen kann. Wie blöd manche Spieler sind. Sky hat... Axe ist zurück, aber Sky hat das Spiel verlassen. Axe hat das Spiel wieder verlassen. Axe hat das Spiel tatsächlich dann doch auch noch aufgegeben. Okay, also spielen wir ein 3 gegen 1. Ich nix dagegen. Ich mein, Clings kann schon ganz gut draufhauen, aber... Na ja. Na komm, Jungs. Warum? Das macht doch gerade so viel Spaß. Ein bisschen Mana Regen bräuchte ich noch. Was hat der denn? Arcane Boots? Das ist doch nett. Ach, die kann ich gar nicht verwenden. Scheiße. Bringt ja nichts. Notfallplan, unsichtbar werden. Wenn ich dann doch noch nicht zu lernen. Ah, manche Leute. Na. Das kümmern sich doch gar nicht um mich, oder? Wieso sollte ich denn dann nicht weiter angreifen? Ist ja irgendwie ein bisschen doof. Hey, the wild! Krims hat sich zurückgekauft auf Kerlen. Würde ja heißen, er wäre tot gewesen. Muss man mal herkommen. Und dann, Tom. Zerlädt. glatt 100 was jetzt moment doch Doch, stimmt. Mit einem wilden Spear-Konten. Geh green! Oh, okay. Okay. Killing Spree! Hm. Von vorn. Wenn man so dicht an der Base ist. Dann wird man schon mal erwischt. Naja. Es lag ein bisschen doof. Der Sprung hätte vorher früher kommen müssen. Der ist tot. Das ist ja schon klar, ne? Moment. Das brauche ich doch gar nicht. So. Riva hat das Spiel verlassen. Okay. Nein. Jetzt hat das Spiel aufgegeben, aber schon viel früher. Ja. 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 Jetzt hätte ich in der linken Sphäre. Da. Ich würde das verkaufen. Dann gehe ich aufs... Was ist das Zeppter nicht hier drin? Was ist das Zeppter nicht hier drin? Also. Ja. Ja. Da muss ich rauskommen. Töne zu gehen. Hm. My hidden paths. How I wish I had this back at the top. I'll take that. Green wrath. I'm under attack on you. Unstoppable! Regeneration! The enemy's bottom tower has fallen. I'll take that one. Damn. Der Pipe wäre auch nicht schlecht gegen den. Ist ja hauptsächlich Magieschaden. Hm. Hmm. So kann es funktionieren. Das ist doch schön. Habe ich denn jetzt mal eine Rump Barrack bekommen? Ja, das ist Scepter. Das ist doch klasse. Ähm. Genau, das hatte ich mir erhofft. So, du bitte auch noch. Ihr bitte auch. Irgendwie mal auf den da. Sehr schön. Und ich könnte jetzt... Nochmal warten. Wir hin teleportieren. Gucken, dass ich die hier noch... mal mobilisiere. Gucken, dass ich die hier noch nicht verletzen habe. Gucken, dass ich die hier noch nicht verletzen habe. Grün ist gut. Oh. So, meine grüne Armada. Oh, ich habe ein paar Crits gelastet, die eigentlich... gar nicht hätten... zersehen sein sollen. Ähm. Naja. So. Die eigenen Barracks sind gerade unter Feuer. Die eigenen Barracks sind gerade unter Feuer. Clings haut aber ab, er geht zurück. So. So. Jetzt warte ich auf die nächste Wave. von ihm. Von ihm. Damit ich da... ordentlich draufhauen kann. Weil... das ja dann der Plan ist soweit. ... ... stelle ich jetzt einfach mal in den Weg. Und jetzt könnte ich gucken, dass ich mir... ... Oh. Wo ist die grüne Kugel? Moment. So. Da. Auf einen Schlaf. Habe ich mir eine Refresher abgeholt. Refresher ab. Gucke mal. Der lebt noch. Ist ja cool. Der lebt noch. Kann ich jetzt einfach da hinstellen und angreifen lassen. So. Moment. Oh. Okay. Ich warte auf die nächste Wave. Ich bin bei meinem Shaggy Bark. So. Auf, 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 auf. Dang it. Ich bin ernsthaft. Was ist das? Mist. Ich glaube ich muss den wieder mal ein bisschen unter Druck setzen. Abgesehen von der Tatsache, dass er grad wieder da ist. Moment. So. 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 Bin ich natürlich wieder zurück. Und Klingz muss ja jetzt erstmal wieder pushen. Okay. Okay. Hm. Hm. Oh. Tja. Tja. Irgendwie läuft das grad nicht so bei dir, oder? Wieso stehen die eigentlich noch? Ja. Was ist das? Wie ist das? Er ist das ergabend. Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? Es lockert sich in der Mitte? Ja, jetzt schauen wir uns. So, jetzt ist er wieder unsichtbar. Ach, Destiny, hey. So, Mega-Creeps, meine Freunde. Jetzt wird's interessant. Weil die kann er nicht einfach so verteidigen. Die kann er auch nicht ablenken. Kann er nicht so einfach ablenken. Yes! Ah, ich hab sogar noch links umgebracht und ich war nicht in der Nähe. Warte denn. Können Sie, ach so. Noch einer vom Anfang? Okay. Gold. Natürlich, das ist eine Menge gewesen. 218 Last Hits. Kills habe ich wenige. Observer-Words, was ja mein Ziel war, waren sechs Stück. Ah, hätte ich daran denken sollen zwischendurch. Hey, eine Belohnung ausstehend. Und. Oh. Moment. Was bekomme ich? Uh, uh, uh. Spannung. Wieder 50 Punkte. Nein, leider sind die schon wieder weg. Nochmals, wenn. Naja. Naja. Schön. Ähm, dann hätte ich Legion Commander wieder mehrfach doppelt. Ja, Level 62. Ich habe das immer noch nicht angezeigt. 1370 Rampage. Hm. Kommt vor. Ah, das ist so übertrieben. War ich eigentlich noch mal hier? 100? Nein. 62. Ich habe nicht meine Tipps auf die, naja, ist ja egal. So, dann sehen wir uns in der nächsten Runde. Ciao.